Mit meinem Lauf, das geht doch gar nicht. Ja, ja. Freunde, ich bin schade und so. Also ich finde es auch nicht gut. Oder jetzt und dann klatscht. Im A-Lauf, gerade im A-Lauf. Im Jumping wäre es mir egal. Im A-Lauf muss das nicht... Der Quatsch, das ist... Der will Witzchen machen, aber es kommt nicht so wirklich an. Ja, bitte. Vorwegen schaffe ich nicht. Dann schafft sie das. Sie meint immer, sie ist zu langsam. Da hat sie nicht im Auge gehabt. Sie hat ihn laufen lassen. Da ist es schon wieder passiert. Leider, leider. Es ist schade, ihr zwei. Rutsch, Applaus für dieses Team. Auch ein dieser Applaus für die. Bis zum nächsten Mal ja alles schön. Jawohl, außen und die letzten vier Geräte doch auf die Zielgerade. Das nervt, die Gaberei. Sehr schön, ihr zwei. Ciao, ciao!